Ausrüsten Die Rüstung, wow, das leckt wirklich hier ganz schön Aber der Knochenkorb, Entschuldigung, Klingkretas Ich glaube ich das beste Funke-Schild Nee, ich habe gesagt, Stache-Schild ist aber auch geil Ja, der Knochenkorb ist auch immer noch angeheizt Und deswegen gehen wir rein Und versuchen wir ihn zu besiegen Ja, das versuchen wir So So sehen wir uns wieder, Herr Dunkelrecke, Sane Es ist lange her Ich dachte, unser nächstes aufeinandertreffen würde, als in der Hölle stattfinden No, aber wie es scheint, hat mich mein Gefühl getrogen Ich habe die Zerstörungsmachie vollendet Aber die Börse, die sie einsetzen, wenn der eine nach dem anderen von diesen Börschchen entdeckt Ich habe davon gehört Die Menschen nennen ihn ihren Helden Ihren Helden? Pah, dieses Börschchen kommt insgesamt doch garantiert Hilfe von ihr Von der Götten der Zeit Sei es wie es sei, ich werde diesen Helden für dich in die Tiefen der Hölle befördern Ho, ho, ha Darauf zähle ich natürlich Ach ja, was ist eigentlich aus unserer eigenen Göttin geworden? Es wird noch mehr Zeit und Anspruch nehmen, sie wieder zu erwecken Ich verstehe, es ist bedauerlich, dass ich das Ende der Welt nicht gemeinsam mit dir in Augenschein nehmen kann Ich besagte, das Börschchen wird bald hier sein Ich werde mich jetzt zum Sensenmann aufmachen Was, zum Tod? Auf ein Wiedersehen, dann waa, aber wohl in der Hölle Ha, ha, ha Ha Oh, was ist das? Da werden wir endlich, dass ich die Wahrheit nehme, auf denen sich der Schwarze Ritter aufhält Ich hoffe, wir können nur aufhalten, bevor wir uns der Schwarze Ritter aufeinandertreffen Hey Pixel, sieh dir diese Brücke an Wer ist das? Ich weiß nicht, ob es war ein Gegner, oder? Ha, 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 ihr dort hört allesamt her Jürgen Regissein, der Schwarze Ritter hat die Zerstörungsmagie erlernt Wenn jemand hier auftauchen sollte, wer versucht, den Schwarzen Mittler dazwischen zu funken Werden unsere Kanonen in das Land vermüßen und ein Weiterkommen somit unmöglich machen Ich werde die Land mit Gehen provisorisieren, der auf sie tritt Und dann ist auch noch eine, meine Wenigkeit, die durch eine Brücke warten wird Niemand kann all diese Höhlen nehmen, folglich jetzt vollkommen unmöglich zur Burg zu gelangen Die Zerstörung der Welt ist also beschlossene Sache Ha, 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 ha Oh nein, es sieht so aus, es kommt jetzt spät Oh, jetzt habe ich das auch überfühlt, ey Je, das bleibt eh nur Mist Wach, wer ist das denn? Ah, da bist du, ich habe dich gesucht, weißt du was? Ich habe mein Lied zu Ende geschrieben Du willst den Schwarzen Ritter nie erschrecken, dann soll er mein Lied hören Er ist der Erkennungslitz des Helden, nicht wahr, Robin? Wuff, oder Jaul Richard ist mit dabei, geil So Ich glaube wir müssen zur Kanone, um die Kanone wegzubaschen So Yeah, eine Kanone ist down So, zweite Kanone ist da Oh, da kommen wir nicht mehr durch Aua, das hat mich wirklich, ich habe mir wirklich wehgetan Oh, das sind wirklich alle wieder da Hey Fixel, wie ist es so ergangen? Da, wo hast du gewusst, dass ich Die Kanone aus meinem Tag ist schon ganz schön bereist Ich habe mich so veriratet, dass ich schon hierher gekommen bin Dann soll ruhig sein Fett wegbekommen Dann werde ich mich ja also mal gepflegt, Holger, komm mit mir, Fixel So, jetzt leckt sie wieder total. Und jetzt ist er damit dabei. Noch einmal die Kanone zerstört. Wander, Zeit zurücksetzen. Nichts essen. Haben wir vorher getan. Wander. Alles toten. Auch die Kanone. Jetzt sind wir da oben. Auch die Kanone wieder in die Kanone. So, die Kanone auch. Jetzt haben wir die auch alle erledigt. Da steigt es da der Nächste. Unserer Gefährten. Der da ist. Ja, da ist die Nächste. Schön dich wieder zu sehen. Jetzt bin ich an der Reihe dir zu helfen. Gleich sind wir da. Aber im Schwarzen Ritter gehe ich mir das an. Dich, äh. Cystilia ist wieder mit dabei. So, danach essen wir was. Dann sind wir die Zeit zurück. Da sieht alles wieder schöner aus. Und gehen hier rein. Wow. Das ist ja einfach tot. Wow. Hier gibt es ein rotes Bandana und eine Ritterlanze. Ritterlanze. Rotes Bandana. Voll gekauft. Gut. Haben wir das auch. Hier ist noch eine Kanone, die wir verstören müssen. Aua. Hey, die tut wirklich weh. So, dann gehen wir mal auf die Drücke. Aua. Ich habe keinen Bock die ganze Zeit. Was, der schwarze Ritter aufholt? Machen wir das nicht möglich. Und zwar, weil ich derjenige selben will, der dich aufhält. Boah, ich habe da Sorge. Sei unser Böse. Ich bin schwarzer Ritter lang. Lebe der schwarze Ritter. Eher nicht. Gehen wir rein. Setzen die Zeit zurück. Futtern was. Und ich gehe nochmal runter. Ich glaube, unten ist noch was. Da ist schon ein Dorf. Und hier ist auch noch eine Kanone. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich dachte, ich wäre etwas anderes. Ach, wer ist denn da? Aufwechsel, so sieht man sich wieder. Ich habe die Gerüchte um den schwarzen Ritter gehört. Also bin ich hergekommen. Aber die Monster waren zu stark. Konnte also nicht bis zur Burg verdringen. Jetzt lass mich mit dir kommen. Natürlich. Karin. So, jetzt haben wir alle. Alle Gefährten. Die uns helfen werden, den Bösewicht zu besiegen. Wir setzen die Zeit zurück. Wodern was. Und geht zum Bösewicht. Rinder. Ich habe nicht erwartet, Kämpfer der Göttin. Ich bin der Bösewicht hier. Sane der Dunkelrecke. Dass dich mutigerweise hierher begeben hast und mich so furchtlos heraus macht, dich zu einem Helden. Es ist wohl unser Bayer Schickster, diesen Kampf jetzt in alle Ewigkeiten auszutragen. Obwohl, genau genommen, beabsichtige ich, diesem Spiel hier und jetzt ein Ende zu bereiten. Dieser Kampf wird jetzt ein Ende finden. Und mit ihm gleich die ganze Welt. Alter, alter. Ja. Mann. Ja, Mann. Ja. Alle besiegt. Oh Mann, das war wirklich heftiger Kampf. Aber das den Schwarzen Ritter endlich besiegt wird. Großartig Wichsel. Na gut, nur, konnte wir wieder nicht verschnappen. Und das Kampf gegen das Böse wird wohl noch eine Weile gedauern. Es ist noch nicht vorbei. Ich bin noch nicht am Ende. Und ebenso wenig dieser Kampf. Der Kramp. Das wirst du büßen, Mann. Ich werde dich besiegen und werde dich dabei drauf gehen. Ich werde dein Ende sein. Ah. Hat er gerade unsere Göttin gestohlen? Das wäre ein bisschen unvorteilhaft, würde ich sagen. Oder? Ne, da ist sie doch. Oh, bist du wach? Also okay, Ficksel. Puh, bin ich froh, dass es dir gut geht. Sie deutelst, während wir auf den einen anderen Kontinent geschleudert wurden. Du wurdest von all deinen Freunden, von all deinen Freunden, Freuden? Ich denke mal Freunden, getrennt. Hoffentlich sind sie in Ordnung. Der Schwarze Ritter, er war wirklich ein mächtiger Gegner. Hä? Oh, irgendeine Schatzkiste kommt hier einfach gelandet. Ist sie zusammen mit uns hier gelandet? Ficksel, sehen wir uns das doch als Belohnung dafür an, dass du den Schwarzen Ritter nie gestreckt hast. Jetzt leise, Träter. Also dann, da mal weiter, in alter Frische sozusagen. Na, wird als nächstes wohl den Ort ansteuern, an dem sich der Sensenmann auffällt. Wir hätten ihn besser auf, bevor er dort ankommt. Sonst schötet er dich noch. Bald haben wir es geschafft. Schön. So. Wir haben nicht die Ausrüstung kapiert. Warum nicht? Okay. Bedeutet, ich mache mich schlau, weil ich jetzt irgendwie keine Lust habe, nochmal alles abzusuchen, bei zwei Level. Nämlich den hier. Und dem einen davor. Ähm, der Kampf auf den weiten Ebenen gegen den Schwarzen Ritter war mit einem der bisherigen Kämpfe zu vergleichen. Ficksel hat alles aufgeboten und war letztlich siegreich. Doch Noah konnte erneut entkommen. Und wer ist dieser Sensenmann, von dem er sprach? Das ist der Tod. Übrigens, wurden da tatsächlich alte Sprites wiederverwertet? Die Story nimmt an Fahrt auf. Die Entwickler stillen schon. Das ist natürlich schlecht. Alte Sprites ist immer schlecht. Ich wüsste, du wirst gewinnen. Du bist mein Gold-S, äh, Gold-Junge. Du bist mein Gold-S. Du wusst wie? Hast du auch alle Kanonen zerstört? Ähm, du hast du auch alle Kanonen zerstört? Ja, habe ich eigentlich, oder? Wird dieser Kampf niemals erinnern? Hach, irgendwie macht mich das ganz traurig. Voll liegt diesmal ein. Großes ist das Schleusern. Doch, wir sind jetzt anscheinend auf einem anderen Kontinent. Ja, wir sind auf einem anderen Kontinent. Ähm, wir haben die Auslösung wieder hier nicht komplett. Wie gesagt, ich guck mal nach. Weites Land. Und der Gral und der Böse. Werde ich mal nachgucken. Ähm, die Schleusenpanik machen wir dann das nächste Mal. Äh, Tunnel-Fan. Nonsens, ja, Nonsens ist immer gut. Wow, guck mal, wie er rückwärts geil laufen kann. Rückwärts, gro-rückwärts, rückwärts. So, Dollar-Fan vorwärts, aber irgendwie läuft er, wenn ich hier hochdrücke, rückwärts. Ja. Ja, das sieht der geil aus. Moonwalk, Moonwalk, Moonwalk über die ganze Map, man. Wir müssen auch schon sehen, dass wir ganz schön viel geschafft haben, wie ich finde. Guck mal, wir haben so viele, äh, Quests geschafft. Und da hinten ist der Anfang. Quest 9, Quest 8, Quest 7, Quest 6, Quest 5, Quest 4, Quest 3, Quest 2, Quest 1. Da, der Held zieht los. Ach, das erste Level, mein Gott. Das ist lange her, muss ich sagen. Das ist wirklich lange her. Ähm, und dann gehen wir weiter und gehen hoch. Äh, ja. So. Hier, wir machen hier später weiter. Und, äh, da würde ich sagen, also wir machen erstmal das Level fertig und das Level fertig. Ich hoffe, ich danke, bis zum nächsten Mal und tschö tschö.